What are you doing, der als dicke Person, die nicht auf Diät ist? Da ich intuitiv esse und ich morgens keinen Hunger habe, gab es kein Frühstück. Sondern ich habe mich erstmal angezogen und fertig gemacht. Da musste ich ein Kooperationsvideo drehen, dann habe ich erstmal Wasser getrunken. Bisschen mit der Katze gekuschelt und meine Haare mit dem Dyson geföhnt. Danach haben wir Aron und ich zusammen gekocht. Wir haben Gulasch zugestellt und haben ein bisschen auf verliebtes Pärchen getan. Hier wieder die kleine Kiwi und dann habe ich ein paar M&Ms gesnackt. Das Gulasch musste ewig köcheln, das heißt, das haben wir nicht gegessen. Stattdessen habe ich hier eine Karperson getrunken und wir haben bei Vapiano bestellt. Da habe ich Carbonara gegessen und dann haben wir Besuch von der Emi und von der Nikita bekommen. Mit der Emilia musste ich dann auch noch ein Video drehen, das war aber schnell fertig. Das hast du ganz toll gemacht, Emi. Als wir damit fertig waren, sind wir ins Kino gegangen und Miller's Girl anschauen. Das war mega cool, dort habe ich Popcorn gegessen. Das habe ich aber leider nicht gefilmt. Das war's, ciao!